Amigos, hallo aus Berlin, herzlich willkommen zu meinem Channel. Besonderes sei begrüßt Zuschauer und Abonente hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was sind meine Möglichkeiten, meine Optionen, wenn ich von Düsseldorf nach Berlin fliegen möchte? Eigentlich nur zwei, heutige Tage nur zwei. Eurowings von einer Seite und von der anderen Seite EasyJet. Also der Wall ist so, so schwer, aber ich mag die Farbe Orange, also das war doch einfach. EasyJet, also lasst uns dieses Mal EasyJet testen. Düsseldorf, Berlin. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Prices. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Amigos, thank you for watching, and welcome to Berlin! Yeah, baby! Yeah, baby! Yeah, baby!